Kurt Tucholsky, Deutsch für Amerikaner, ein Sprachführer, Ankunft, Eingang verboten, Ausgang verboten, Durchgang verboten. Herr Gepäckträger, tun Sie diese Koffer auf die leichte Schulter nehmen? Ich werde mir einen Sonnabend daraus machen, mein Herr. Ist jene Automobildrush geledig? Warten Sie, wir haben noch einen Golfhauer sowie zwei Hüteschächte. Dies hier ist Ihr Getränkegeld, ist es nicht? Bezüglich dessen scheint es mir ein wenig wenig, sprich kriege noch 50 Pfennje. Autodriver, geh an, ich ziehe das christliche Hospiz vor. Raukeln verboten, Parken verboten, Durchfahrt verboten. Begrüßungen Guten Tag, wie fühlen Sie? Heute ist ein wahrlich feiner Tag, ist es nicht? Sie sehen aus wie Ihre eigene Großmutter, gnädige Frau. Darf ich Ihnen meinen lieben Mann vorstellen? Nein, dieser hier. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Wie geht es Ihrem Herrn Stiefzwilling? Werfen Sie das herzliche Kind weg, gnädige Frau. Ich mache Ihnen ein neues, ein viel schöneres. Guten Morgen, sprich Mahlzeit. Guten Tag, sprich Mahlzeit. Guten Abend, sprich Mahlzeit. Danke, es geht uns gut. Wir leben von der Differenz. Im Restaurant. Bringen Sie mir eine Portion Zahnstocke sowie das Addressbuch. Das ist nicht mein Revier. Meine Frau wünscht einen Wiener Schnitzer. Ich habe Zitronenschleim gewählt. Das ist nicht mein Revier. Bringen Sie mir einen kokainfreien Kaffee. Wir haben in Amerika die Verhinderung. Bringen Sie mir daher eine Flasche eisgekühlten Burgunders. Auch drei Gläser Whisky mit Gin sowie kein Zeldawasser. Das ist nicht mein Revier. Auf dem Postamt. Dieser Schalter ist geschlossen. Sie müssen sich auf den Hintern anstellen. Ich erwarte schon seit Jahren eine größere Geldsendung. Wo ist die Schaltung für freie Marken und die Briefschaukel? Wollen Sie so kindlich sein, hinten meine Marke anzulecken? In dieser Telefonzelle wiegt man nicht gut. Hallo. Ich wünsche eine Nummer zu haben, aber der Telefonvorlein gewährt sie mir nicht. Mein Name ist Patterson. Ich beginne keine Deutsche. Hier ist mein Passhafen. Im Theater. Geben Sie mir einen guten Platz. Wir haben keine guten Plätze. Wir haben nur Orchester für Tau. Wird Ernst Deuk diesen Abend spielen? Wie Sie sehen, haben wir Festspiele. In Folge daher wird er nicht vorhanden sein. Dies ist ein guter Platz. Man hört nicht viel. Von wem ist dieses Stück? Dieses Stück ist von Brecht. Von wem ist also dieses Stück? Zeigen Sie mir die blaue Bluse der Romantik. Des Nachts. Sie sind ein Süßerz, mein Liebling. Tun Sie so? Das ist mir zu teuer. Ei, mein Fräulein. Können Sie sich dazu verstehen, mit durch den Abend zu streifen? In Paris gibt es solche Häuser. Sie sind sehr praktisch. Hätten Sie wohl die Gewogenheit, auch die Strümpfe abzulegen? In Amerika tun wir so etwas nicht. Dies ist wahrlich teuer. Sie sind ein Vamp. Danke, meine Dame. Ich habe schon eine Beziehung. Sie, er hat meine gänzliche Liebe. Konversation. Er ist eine Stock-Chinese. Du bist eine Wahlsachse. Du bist eine Wahlsachse. Mangels einer Wischemangel können jene Quarren nicht gewacken werden. Meinen Frau Grafin nickt auch, dass dies ein rechter Scheißwetter sein dürfte? Die Berliner Festspiele sind gute Festspiele. Aber bei uns in Amerika haben wir die größte Tomaten-Export von der Welt. Leihen Sie mir bitte Ihren linken Gummischuh. Ich habe einen guten Charakter zuzüglich eines Bandwurms. Jenner Funkturm ist niedlich. Bitte zeigen Sie mir den Berliner Verkehr. So habe ich jetzt nicht gemeint. Diese Löwe macht einen so zusammengeschmetterten Eindruck. Ich spreche schon geflossen Deutsch, nur manche Mal brecke ich nur etwas Rad. Nach Berlin besuchen wir noch Europa, Persien und Heidelberg. Aber am 4. September 8 Uhr, erste Minute, werden wir New York anfahren. Goodbye.